Weber. We care. Wir arbeiten heute mit der Maschinentechnik von Weber. Speziell mit dem Pump Truck, der dreimal in Deutschland vertreten ist, sodass die Fahrzeuge in Berlin, Mainz und Stuttgart verteilt stehen, um den gesamten deutschen Raum abzudecken. Wir haben uns hier auf der Baustelle für den Weber Pump Truck entschieden, weil wir verschiedene Faktoren hatten, die von großer Bedeutung waren. Zum einen einmal die Schichtstärke, damit verbunden natürlich dann dementsprechend auch die Menge an Material, die in relativ kurzer Zeit eingebracht werden muss. Wir befinden uns hier an einer Baustelle mit fünf Etagen pro Etage arbeiten und da arbeiten wir heute auf 250 Quadratmetern einen Nivellierausgleich, mit dem wir pro Etage eine Zeit benötigen von circa 35 Minuten. Das heißt, das komplette Objekt werden wir vermutlich nach zweieinhalb Stunden beenden, sodass die Verarbeiter mit dem Schlauch das Material einbringen, die nächsten Kollegen mit Rakel und Glättkellen das Material verarbeiten. Mit dem Pump Truck sind wir in der Lage, je nach Schichtstärken und Einbaustärken, ob es Dünnestriche oder Nivellierausgleiche sind, die Menge vom Fahrzeug optimal an den Verarbeiter einzustellen, sodass er in seiner Arbeitsweise perfekt nachkommt. Ein zweiter Faktor für uns ist natürlich auch die Manpower in Verbundenheit natürlich auch mit der Arbeitserleichterung durch den Pump Truck, sodass wir natürlich dann auch dementsprechend unsere Mitarbeiter entlasten können. Das sind also ganz klar die Vorteile, die ich hier auf dieser Baustelle auch sehe. Wiebe. We care.